Musik Wie wichtig ist denn das Thema Sicherheit für den Händler im E-Commerce? Sicherheit im E-Commerce ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Die Homepage muss sicher sein, nur mit einer sicheren. In der Homepage kann der E-Tailer seine Geschäfte machen und auch dafür Sorge tragen, dass die Seite verfügbar ist und er für sein Business Sorge tragen kann. Und Trend Micro hat da eben ein passendes Paket geschnürt. Das kann man erwerben. Gibt da eine jährliche Lizenz zum Beispiel? Vollkommen korrekt. Es heißt World Free Secure Site. Ist ganz klar von uns der Punkt erkannt worden. Wir müssen auch unseren E-Tail Partner da unterstützen, dass seine Seite einfach definitiv sicher ist. Kann er mit einer jährlichen Lizenz erwerben, ist auf Serverauslastung basierend und kann er bei unseren Distributoren gerne immer nachfragen. Welche Kernpunkte sichert die Software denn im Detail? Also im Detail ist es so, dass die Seite komplett gesichert wird. Das heißt, man ist sicher vor Hackern. Man ist aber auch sicher, dass der Datenfluss bei Zahlungsmodalitäten etc. vereinfacht und gesichert wird durch unser Tool, damit alles reibungslos abläuft. Wie gefährdet sind denn Webseiten und vor allem wie gefährdet sind Webseiten von Händlern im Internet? Die Gefährdungszahl ist sehr groß. Also wir haben eine außenstehende Agentur, hat eine Zahl herausgegeben, dass in den letzten zwei Jahren die Angriffe um 1564 Prozent gestiegen sind. Und somit ist klar, dass jeder, der eine Homepage hat oder der E-Tail betreibt, sich auch dementsprechend absichern muss. Noch ganz kurz zum Schluss. Welcher Händler sollte sich denn sichern? Jeder Händler. Jeder, der im Internet irgendwie tätig ist, sollte sich sichern. Ich bin ein, 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 ich